Ich bin Lena Magner, ich arbeite hier im Rolfmaier Reise zu Neuhausen. Ich habe letzte Woche meine Lehre hier angefangen und werde jetzt die nächsten drei Jahre auch noch meine Lehre absolvieren. Ich habe diesen Arbeitsort gewählt, weil ich sehr gerne reisen würde und ausserdem ging ich zwei Tage hier schnuppern und dort hat es mir sehr gefallen. Die Leute waren sehr sympathisch und ich fand es ein sehr cooles Arbeitsort.